Was ist das Thema Big Deal? Also zum Thema Big Deal, also Toilettengänge auf dem Schiffchen, da trägt es sich folgendermaßen zu, dass man die sehr hochsensible Handpumpe bedienen muss. Das heißt, man huckt auf dem Thron, wie der Kaiser oder wie die normalen Menschen auch, und man befleißigt sich, den Big Deal zu begehen. Und das heißt, mit der Pumpe schon währenddessen immer rauf und runter, langsam rauf und runter, rauf und runter. Der Big Deal macht sich da irgendwie... Und es geht um die Nahrungskette, weil es geht gleich... Die Fische werden sich befleißigen, sofort an der Bordwand schon den Big Deal in Empfang zu nehmen und ihn, sagen wir mal, sauber und geräuschlos zu entsorgen. Und ja, das ist die Theorie zum Big Deal. Wer aber zum gleichen Thema mehr erfahren möchte, der klickt auf die Internetseite www.kutte.de oder auf www.bigdeal.kutte.de. Kaufe dir eine Flasche Wein, geh vorne auf die Landzunge, nimm sie in den Arm und warte, bis die Sonne da vorne untergeht. Ja. Und erinnere dich an den Big Deal. 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 Ja, da kommt schon eine.